Jetzt hier noch nicht. Das war jetzt auch nicht der Starke, ne? Das war der andere da unten, ne? Aber ich glaube, in dem Poster habe ich nichts verändert. Ich glaube, die sind doch auf Level 13 und so. Also nichts brutales, dass ich ermorden will. Ja. Ich will dir nur Mut zureden. Hm. Als ob du Mitleid mit mir hättest. Nö. Tja, da muss ich offscreen ganz viel trainieren, damit ich überpowered bin, ne? Ja, genau. Aber das wäre lame. Tja, ist ja nicht mein Problem. Doch. Ich glaube, du willst Tragosso trainieren, aber du hast es nicht im Team. Hallo. Habe ich jemals gehofft, dass ich das trainieren möchte? Lohnt sich das überhaupt? Ist das stark? Ja, gegen Walter. Wer ist Walter? Na, der dritte. Wer ist der denn? Wer ist der denn? Der hat Elektro-Typen. Hallo. Ja? Ich habe doch gesagt, in dieser Edition bin ich voll der Noob. Ich habe die nur einmal in meinem Leben gespielt. Und das war auch nur Rubin. Das Mark habe ich nur angespielt. Dann hatte ich keinen Bock mehr. Dann habe ich sie in die Ecke geschmissen. Wie gehst du mit Spiele um? Hallo? Ja, ich schmeiße sie in die Ecke. In die Ecke, die gerade zur Weinecke wurde. Genau, das ist schon ertränkt das Spiel. Sie weint zwar nicht, aber sie verzweifelt. Das ist wenigstens schon ein Anfang. Warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Was? Warum habe ich Wen Wen eingetauscht? Weil Elektro... Weil ich dich tot sehen wollte, ne? Eigentlich. Eigentlich nur gut, dass ich jetzt ein Pokémon, das 12 Level über mir besiegt habe. Ich bin zu stark. S-T-A-R-K. Ich fange an zu holen. Ich gehe in die Hose. Kämpfen die auch? Oh ne, sie schenken mit Pudersand. Ich gehe nach Hause, du bist daheim. So, jetzt ist nur noch der da da und die da unten, ne? Wo du gesagt hast, sie sind auf stark, ne? Ach, da ist noch ein Kind. Ja. Ich kann nicht schwimmen. Wieso bist du dann am Strand? Um zu planschen. Um planschen? Ja, planschen. Mit dem Planchen? Mit dem Schwimmring. Kennst du doch. Ja, das darf ich dir wenigstens was Positives sagen. Ja, das darf ich. Team Aqua und Team Magma wurden nicht verändert. Es sind immer noch die schwachen Pokémon. Pokémon. Wieso? Du hattest doch schon einen Team Aqua verändert. Ja, den. Ja, den einen. Aber sonst nix. Außer jetzt. Mark und den anderen Typen. Adrian. Sonst habe ich die nicht angefasst. Nein, ich habe niemanden angefasst. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Das war die Schwester Choi. Neue. Die wollte Rocco einfach süchtig machen. Ich blinke. Du blingst. Wieso das? Ich meine, da nur mein Skype klingt. Hehehe. So, jetzt wird nur noch Tier aufräumen und dann ist Juna fertig mit Gott und der Welt. Dann bekommst du wenigstens sechs Sprudel geschenkt. Ach, sechs? Schenkt er nicht nur ein? Nein, sechs. Okay. Gut, Level 14. Warum es hat sie schon wieder hoch? Damit du es trainierst. Brauch ich das für irgendwas noch? Ich weiß es nicht. Wart. 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 Das kann sich nur um Stunden handeln. Wieso? Einfach nur so, weil ich's sag. Kann's ja gehen. Nein! Das hast du mir schon angeboten. Boah, dein Ventilator hat man mal gut, du. Ja, danke. Jaja, du wirst mit meinen Abonnenten vergrault, die ich wusste es doch. Nein, die will ich wegblasen. Wegblasen? Nein, mit dem Ventilator, hallo! Sinn! Sinn! Hast du jemals Sinn gehabt? Ja. Hm. Hm. Was? Nicht. Ach, wollte ich doch gar nicht. Ach, heute ist nicht mein Tag. Äh. Tja, wenn. Man hat sich gleich ausgewendet. Boah, du tödest mich. Ja, ja. Irgendwo muss ich ja meinen Frust wieder rauslassen, ne? Ja. Nur gut, dass du dann später weinen wirst. Dann wird sie umweinen. Äh, 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 die sind so stark. Hihihihi. 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 Nee, ich kann einfach trainieren und dann bin ich stärker. Genau. Das hat man ja gesehen. Trotzdem hast du verloren. Fast beim Dingsdi Bumsti bei Camelo. Ne? Ja, aber nur fast. Ne? Glückssache. Wer hat Bianca und, 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 und Sabrina gemacht? Ne, wie ist die? Die Freundin von Siegfried. Sandra. Mhm. Mhm. Die hab ich gemacht, hä? Hä? Wo warst du da? Ich hab dafür die anderen 16 gemacht. Hä? Wer hat 10 Worten gemacht? Du. Weil ich aber schön darauf immer hingearbeitet hab. Ich hab dich schön davor ausgesetzt, weil ich so nett war. Dafür ist dir bei Bianca einer abgegangen, ne? Ja. Willst du kontern, oder? Wer hat den Orden verschlampt bei Sandra? Du. Wieso? Ich hab dich da... Weißt du, meine Pokémon warst alle tot. Ich steh da voll geschillt und du so, hast du bestimmt noch nicht besiegt. Ich geh dann mal. Ja, ich hab gedacht, du willst mich trollen. Ja, dann hätte ich sie angesprochen. Ja, ne, ist klar. Und hätte nicht, ähm, dich da abgestellt. Weil ich weiß ja, dass du so klug bist und nachguckst, wie die Pokémon so drauf sind. Ja, also. Das wär's ja total. Ich geh dann noch ein bisschen trainieren. Ja. Ja. Dafür hab ich ein Shiny Colbert gefangen, ne? Da sind wir bestimmt erschienen. Ich hab ne Aufnahme. Ich hab's auf Video. Hihi. Das sagen die Italiener auch beim Fußball. Das hab ich jetzt fotografiert. Der hat mich gestoßen. Ja. Weil du bist brandheiß hier. Fertigkeiten. Sprudel. Sprudel erhalten. Omnomnom. Ich kann gut lesen. Ja. Bist nur neidisch, bist nur neidisch. Nö. Doch. Nö. Doch. Nö. Passt. Hab gewonnen. Nö. Wo gehen wir jetzt hin? Pokémon suchen, oder? Dingsti. Weißt du, wie Pokémon willst du denn jetzt schon wieder suchen? Hier gibt's auch neue Pokémon, da oben. Beim Radweg. Nö. Wer weiß, was du da oben wieder angestellt hast. Ja. Mewtwo und so. Level 100. Zafcon Level 100. Mauzi. Biss aber auch süß, Mauzi. Sieht so scheiße aus. Das hat viel zu großen Kopf. Das mach dich fertig. Das mach dich fertig. Das mach dich fertig. Oh ne. Leg mich. Nö. Selbst so. Schiffsbedienung. Hö. Ich komm da um gar nicht weiter. Ja, ich weiß. Hast du die da hingestellt, oder stehen die da immer da und mir ist es bisher nie aufgefahren, weil ich immer gleich hier hingerannt bin? Genau deswegen. Du musst zum Hafen. Naja, ich weiß. Ja, ja, ich weiß. Ja, 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 weiß ich. Wo ist der Hafen? Hm, hm, hm. Ist er nicht hier? Das Schiff werft oder so. Mhm. Äh, hallo, ich bin der, ähm, irgendwas. Captain Bridge hat mich damit beauftragt, eine Fähre zu konstruieren. Oh, das, da sind das der Elfenwahn? Aber, ähm, das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Ähm. Ähm. Bricksch ist irgendwo hingegangen. Er sagt, er müsse was erledigen. Kann ich dich bitten, ihn zu suchen und das Paket zu bringen? Kannst du das nicht hier lagern für dich? Äh, für ihn? Nö. Pocko ist unlogisch, ey. Ich klatsch das Ding da hin und fertig ist die Logo. Was erwartest du dir? Ich bin ja noch Geld für ein verkacktes Museum bezahlen. Ha, was machst du hier? Ich bin von Team Aqua. Du hast mich in den Boden gestammt. Verinnerst du dich? In Metall, Meta, Flur, Tunnel, Dingens, da. Ach, leck mich doch hier. Das ist für dich vergeben und vergessen. Weißt du noch, äh, weißt du dort, äh, ja genau. Ich hoffe, du lässt mich nie mehr über den Weg. Doch, 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 doch. Die sehen alle gleich aus. Ja, ne? Nicht in der Uniform, hat Uniform so an sich, ne? Ja, wenn du Bridge suchst, der bin ich. Äh, das müssen die Stücke sein, die ich bei Mr. Tom von Devon bestellt habe. Boah. Dankeschön, dass du's groß seid. Nun, wir wollen unsere Expedition. Boah, ich hab heute irgendwie kein... Ich nix lesen können, ja. Hä, warte, das ist doch viel zu schwer für euch. Wir nehmen das an uns. Äh, wer seid ihr denn? Wir sind Team Aqua. Unser Boss will dieses Ding haben. Also hört auf zu labern und dass die Teile rüberwachsen. Dieses Ding da. Oh ja, hier hast du die Box. Die Verpackung. Ja, du könntest jetzt zurück nach Metaros City gehen und dir den EP-Teiler holen. Ähm. Das weißt du schon. Nö. Nö. Hallo, ähm. Ich kann's nicht lesen. Gut. Irgendwas mit L. Mit Loe. Loe. Ja, kann schon sein. Jetzt mobbt sie mich wieder. Jetzt tut sie wieder so, als wäre ich Luft. Genau. Ja, geschlagen vom Kind. Boah, geschlagen vom Kind. Oh man, was für ein Gedanker. Der Post wird verdammt die...